hallo bei emma bike tv mal wieder eine neue sendung über unsere wunderschöne neu eingetroffene leggings mit leder textil in kombination zusätzlich hat diese hose im inneren eine wunderbare schutzlage an kevlar ähnlichem aramid in form dieses trillobite stoffes es ist ein premium amory was sie hier verbauen und zwar ist dies komplett in den relevanten zonen sturz sicher diese wunderbare hose hat protektor taschen im inneren bereich für die hüften als auch für die knie vorgesehen und verfügt über ein angenehmes mesh lining das mesh lining ist nicht nur zur klimatisierung da sondern trennt auch die haut im falle eines sturzes von der reibung mit der außenhaut der hose ja die hose besteht aus der vorderen hälfte einen sehr feinen leder hier oben dieses trillobite logo eingeprägt sehr unauffällig ansonsten wie gesagt hier gerafftes knie für mehr bequemlichkeit ein gesamter rand unten und im gesäß bereich läuft das leder und aus dass die sitzfläche im prinzip eher safe ist die hose verfügt über gürtelschlaufen so lässt sie sich optimal in der hüfte eine lady befestigen ja zieler weit der hersteller dieser wunderschönen hose bei uns im online shop auf www.ma-bike.com schrägstrich trilobite minus shop findet ihr alle modelle von trilobite unter anderem eben auch diese leder leggings bei uns im shop hat sie die aktuelle artikelnummer ab ms minus 1 1 5 7 0 sie gibt es in verschiedenen größen von 26 bis 34 inches und das entspricht also quasi 36 bis etwa 44 konfektionsgröße für die fahrenden damen die hose selbst ist ein bisschen schwerer wie die gewöhnliche kevlar jeans das liegt an den verwendeten leder und man kann dieses leder ganz normal wie eine lederjacke oder ein lederschuh mit einem neutralen lederfett zum beispiel pflegen oder entsprechend mit sprays behandeln das liegt ganz an euch die hose ist nicht wetterabweisend sie ist aber durch ihr leder vorderes wind abweisen im vorderen bereich und somit thermisch sehr ideal ja das wäre es eigentlich auch schon was ich zu der wunderschönen hose zu sagen hätte schaut einfach mal rein auf www.ma-bike.com und shoppt euch durch die welt der biker kleidung wir sind euer partner für wunderschöne klassische helme lederjacken motorrad jeans jeder menge auswahl und da haben wir nur die top marken rocker john doh research and skier trilobite pmj und wie sie alle heißen bei den helmen sind wir schwerpunkt händler für dmd für seventies für bell für aray shohai und premiere und viele weitere außerdem haben wir natürlich jacken von russi stitches von vielen vielen weiteren marken wie segura von oh gott mein namens vielleicht ist es ausgefallen richard haben wir noch da wir haben bering da wir haben schott wir haben alpha schaut einfach mal rein in den jeweiligen listungen links oben im shop unter brand findet ihr alle marken die wir derweil führen solltet ihr irgendwas suchen was ihr bei uns derweil nicht findet einfach mal kurz eine e mail oder ein anruftetigen wir freuen uns auf euch auf www.ma-bike.com bis bald tschüss